30 Minuten, noch immer bei mir im Studio ist der Ole aus Hannover und ich habe nämlich noch eine Frage. Sag mal, wenn du schon so oft da warst, warte mal kurz, wie oft warst du eigentlich schon da? Also ich bin jetzt, glaube ich, das sechste Jahr auf Neuer Neu und jedes Mal war ich mindestens einmal im Studio. Obwohl er nicht, ich habe 2010 das erste Mal auf SWS getroffen, dann war ich 2011 dann im Strandstudio und jetzt bin ich wieder hier. Ja, das sind treue Zuhörer. Man kann übrigens auch, wenn man gerade nicht auf der Insel ist, uns im Livestream hören, www.radio-sws.de. Das heißt, man kann uns auch weiterhin treu bleiben. Ole, sag mal, treu bleibst du ja dann auch der Insel, das hat ja auch einen Grund. Was magst du denn besonders gerne an Norderney? Ja, dass das Wetter immer gut ist. Ja, es ist einfach auch eine schöne Insel, es ist schöne Luft, es ist ein nettes Meer, gute Musik. Das ist das, was man braucht. Sehr schön, gute Musik. Hast du einen Lieblingsplatz? Ja, am Strand. Am Strand, wo die Wellen so ein bisschen rauschen, es ist schön. Also am Strand, da gefällt es mir gut. Ja, das kann ich verstehen. Ist ja auch bei einer Insel genug da am Strand. Deswegen würde ich sagen, jetzt gerade sehe ich, ist es trocken, also raus an den Strand und setz dich für mich hin und lausche den Wellen. Vielleicht kommst du ja morgen wieder und jeder, der hier zuhört und denkt, Mensch, der Ole war gerade live von er bei Radio SWS, das möchte ich auch. Ja, auf geht's. Kommen Sie vorbei. Wir sind da. Wir sind an der Mühle in dem großen Haus, wo ein gelbes Schild mit Radio SWS dran steht. Rechts die Treppe hoch und dann finden Sie uns schon. Wir freuen uns auf Sie. 11 Uhr 38 Minuten, heute Mittwoch, 3. Juli. 10 Uhr 38 Minuten, heute Mittwoch, 3. Juli.